Und jetzt zu den Amnesty-News. Türkei. Ende der Untersuchungshaft für Menschenrechtlerinnen. Am 5. Juni 2017 wurden zehn Amnesty International-Mitglieder von einer Sondereinheit der türkischen Polizei aufgrund diffuser Anschuldigungen festgenommen. Darunter der Leiter der türkischen Sektion Taner Kilic, die Vorsitzende von Amnesty International der Türkei Idil Esa und der deutsche Schulungsleiter Peter Steutner. Ihnen allen wurde die Unterstützung einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen. Nach zwei Wochen wurden vier der zehn Festgenommenen wieder freigelassen. Am 25. Oktober begann der Prozess. Zur Überraschung der Beobachterinnen wurden zehn der dort angeklagten Menschenrechterinnen und Menschenrechtler aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Verfahren läuft jedoch weiter. Taner Kilic bleibt in Haft. Der Prozess soll am 22. November fortgeführt werden. Den Angeklagten drohen 15 Jahre Haft. Amnesty International fordert die internationale Gemeinschaft auf, weiterhin Druck auf die türkischen Behörden und die türkische Regierung auszuüben, um wirkliche Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz einzufordern. Afghanistan. Angriffe auf Zivilbevölkerung nehmen zu. Am 31. Oktober erfolgte ein schwerer Bombenanschlag im Regierungs- und Botschafterviertel in Kabul, denn der islamische Staat für sich reklamierte. Dieser gezielte Angriff auf die Zivilbevölkerung steht in einer ganzen Reihe brutaler Anschläge und damit eklatanter Kriegsverbrechen. Horiya Mosadik, Afghanistan-Expertin bei Amnesty International, fordert eine strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen. Bisher blieb eine konsequente Verfolgung der Verbrechen durch die afghanischen Behörden aus. Amnesty International fordert vor diesem Hintergrund zudem, weitere Abschiebungen Geflüchteter in dieses vermeintlich sichere Herkunftsland zu stoppen und hat daher eine Petition initiiert. Deutschland. Zukünftiger Bundestag soll Menschenrechte fördern. Amnesty International fordert die Mitglieder des neukonstruierten Bundestages und die sondierenden Parteien dazu auf, Menschenrechte zum Ideal und Leitbild ihrer Politik zu machen. International und auch national treten Parteien und Interessengruppen immer massiver mit Grund- und Freiheitsrechten in Konflikt. Die Politik muss diesen Akteuren deutlich und entschieden entgegentreten und ihre Repräsentativitäts- und Vorbildfunktion erfüllen. Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes ist nicht verhandel- oder relativierbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Gerade die Teilnehmenden der Jamaika-Sondierungsgespräche sollten sich maßgeblich daran orientieren. Dazu gehört auch der zukünftige Verzicht auf Rüstungsexporte in Krisengebiete und an Regierungen, die diese Waffen für schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen nutzen. Zudem sollten eben diese Regierungen dazu aufgefordert werden, das Recht auf Asyl zu achten.